Das Handy gibt merkwürdige Töne von sich und es erscheint eine Warnmeldung. Das ist eine Cell Broadcast Warnmeldung und wir sind jetzt auch in Deutschland im Zeitalter von Cell Broadcast angekommen. Ja, ja und euer Smartphone oder vielleicht sogar euer Handy kann zu einem wirksamen Warninstrument werden und da gibt es natürlich einige Fragen und wahrscheinlich habt ihr euch diese Fragen auch gestellt, sonst werdet ihr nicht hier. Und hier in dieser Folge möchte ich euch informieren über das Thema Cell Broadcast. Was ist das eigentlich und welche Handys können das? Was muss man wissen? Was muss man beachten? Und das ist Thema heute und jetzt geht es auch schon los. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzkenner. Schön, dass ihr hier seid. Falls zum ersten Mal, dann lasst mir gerne sofort einen Like da und natürlich auch ein Abo, damit ihr informiert werdet, wenn es neue Ausgaben gibt hier, neue Videos vom Netzkenner. Das bin ich, Jörg Schieb, Digital-Experte hoffe ich zumindest und mache hier diese Videos im Netzkenner-Kanal und ja, kommentieren dürft ihr natürlich auch jederzeit. Dann wissen die Algorithmen, dass diese Videos auch besprochen werden. Das ist gut, damit die Videos auch andere Leute zu sehen bekommen. Das als kleiner Werbeblock vorweg. Cell Broadcast ist ein wirklich sehr wichtiges Thema, gesellschaftlich wichtig. Denn mit Cell Broadcast kann man Menschen, können Behörden, Menschen und Deutsche jetzt auch warnen in Situationen, in Krisensituationen, Warnsituationen, Katastrophenfall oder bei großen Bränden zum Beispiel. Die Idee ist, dass Sirenen längst nicht mehr ausreichen und Sirenen ja auch schwer zu interpretieren sind. Es gibt so verschiedene Signalfolgen, aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wer kann die schon unterscheiden und weiß genau, was mit jeweils einer Sirenenfolge oder einem durchgehenden Ton und so weiter gemeint ist? Die allerwenigsten wissen, dass Smartphones hat heute, ein Smartphone hat heute fast jeder in der Hosentasche und die Idee ist eben, dass man über Smartphones sehr viel effektiver warnen kann. Eben auch, weil man eine Textnachricht mitschicken kann, wo genau drin steht, wovor gewarnt wird. Und das ist im Grunde genommen schon das Geheimnis von Cell Broadcast. Und deswegen schauen wir jetzt mal genauer hin, was Cell Broadcast kann, das ist wichtig, wie wir erkennen können, ob die Warnungen auch wirklich an uns gerichtet sind und was sie bedeuten und ob sie auch authentisch sind. Und drittens, welche Geräte unterstützen eigentlich Cell Broadcast? Wie kann ich das erkennen? Wie kann ich möglicherweise nachrüsten? Und was kann ich tun, wenn ich nicht alle Warnungen erhalten möchte? Das sind so heute die Themen in diesem Video. Bleibt bitte bis zum Ende dran, um alles mitzubekommen. Fangen wir an mit Cell Broadcast an sich. Was ist das eigentlich? Cell Broadcast, Zellensendung könnte man sagen, übersetzt in Deutsch. Die Idee ist folgende, dass man ja davon ausgehen kann, dass die meisten Gebiete in Deutschland mittlerweile, ich weiß, es gibt Funklöcher, aber die meisten Gebiete, wo Menschen wohnen, sind heute mit Mobilfunk ausgestattet und ausgerüstet. Und das kann man nutzen, um Menschen aktiv zu warnen. Das ist jetzt keine neue Erfindung hier in Deutschland, sondern Cell Broadcast ist ein sehr bewährtes System, das es schon mehr als zehn Jahre gibt und in Ländern wie Kanada, USA, Neuseeland, Japan und sogar auch in den Niederlanden sehr erfolgreich eingesetzt wird. Und eben schon seit Jahren, um die Bevölkerung zu warnen vor drohenden Ereignissen, zum Beispiel Erdbeben, Stürmen, Flutwasser und Katastrophen, also Flutwasserkatastrophen oder zu viel Regen zum Beispiel. Oder andere Dinge wie, sagen wir mal, ein Chemiewerk brennt und es entstehen Gase, die giftig sind. Dann könnte eine Anweisung kommen, in der Region ganz speziell, die es betrifft, bitte liebe Anwohnerinnen und Anwohner, schließt eure Fenster und achtet darauf, dass keine Luft von außen nach innen dringt. Oder kocht das Wasser ab, weil es damit ein Problem gibt und, und, und. Das Cell Broadcast System erlaubt eben den Menschen nicht nur eine Warnung auszusprechen, sondern ihnen auch ganz konkret zu sagen, worum es sich handelt, worum es geht und eine Handlungsanweisung mitzuliefern. Das ist das Charmante daran. Die Nachrichten können bis zu 1395 Zeichen lang sein, also wirklich ausführlich, deutlich länger als eine SMS, dazu kommen wir gleich noch. Und dann kann man auch sagen, worum es geht, was zu tun ist, also eine Handlungsanweisung und wo man sich noch weiter informieren kann. Also Fotos, Videos kann man nicht mitschicken, aber zum Beispiel durchaus einen Link zu einer offiziellen Seite, Webseite einer Behörde, wo es mehr Informationen gibt, vielleicht noch konkreterer Angaben, die nicht in eine 1395 Zeichen lange Cell Broadcast Nachricht reinpassen. Das ist das eine, lang und ausführlich, mit Handlungsanweisung und es ist möglich, diese Warnung auch in verschiedenen Sprachen abzusenden für die Behörden. Das heißt, man kann auch Menschen mit fremdsprachigen Kenntnissen nur oder Touristen zum Beispiel in ihrer Sprache auch durchaus adressieren, dann bekommen sie automatisch ihre Sprache auch angezeigt, die im Handy voreingestellt ist. Das ist schon mal eine ziemlich schicke Sache. Eine Behörde und nur eine Behörde, wie zum Beispiel das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe oder auch das BSI und also einige Bundesbehörden können solche Warnungen aussprechen. Dann geht man an die Leitzentrale und die Leitzentrale entscheidet dann, in welchem Gebiet diese Warnung ausgesendet werden soll. Das kann das gesamte Bundesgebiet sein, Bundesland, aber auch eine ganz spezielle Region, sogar eine Funkzelle. So genau kann man das herunterbrechen. Das heißt, es wird genau geplant, wo die Warnung ausgesendet werden soll und auch wann. Und natürlich auch, was in der Warnung drinstehen soll. Dann geht diese Nachricht an die großen Kommunikationsanbieter, also Vodafone, Telekom und Telefonica, O2. Und die sorgen dann dafür, dass die Nachrichten ausgesandt werden. Das Ganze ist keine Massen-SMS, wie ich immer wieder hören und lesen muss. Eine SMS würde bedeuten Sender-Empfänger. Also man müsste an alle Menschen konkret eine SMS schicken. Das wäre auch datenschutzrechtlich bedenklich und so weiter. Das Cell-Broadcast-System funktioniert ganz anders. Alle Menschen in der ausgewählten Region erhalten die Nachricht und können das dann lesen. Aber es gibt keine Datenschutzprobleme. Und vor allem werden auch die Mobilfunknetze nicht überlastet, weil die Nachricht eben an alle geht. Die Nachricht wird nicht nur einmal ausgesandt, sondern im Abstand von zwei Minuten, mindestens sechsmal oder so lange, bis die Behörde den Aussand stoppt. Das hat folgende Bewandtnis. Damit will man sicherstellen, dass wenn durch eine Alarmierung die Leute dann ihre Geräte nochmal einschalten, nachträglich, dass sie die Nachricht dann auch bekommen. Oder Menschen, die in eine Region reinfahren, dann auch noch gewarnt werden. Also es wird nicht nur einmal ausgesandt, sondern öfters. Das ist auch ganz wichtig zu wissen und das ist ganz, ganz sparsam, datensparsam und sorgt auch dafür, dass die Mobilfunknetze, die man in solchen Situationen natürlich ganz besonders braucht, auch nicht überlastet werden. Cell-Broadcast ist wirklich kaum eine Belastung für die Mobilfunknetze. Auch ganz wichtig in solchen Situationen. Also ihr könnt sicher sein, dass so eine Warnmeldung wirklich nur in solchen Situationen kommt, in denen es wirklich angebracht ist. In denen Behörden entscheiden, ja, wir schicken so eine Warnmeldung heraus. Und dann bekommt ihr sie auch nur dann, wenn ihr in der Region euch gerade aufhaltet, in der es auch wirklich relevant ist. Das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Vorteil und Pluspunkt, muss man sagen. Das Handy muss dafür allerdings eingeschaltet sein. Das ist naheliegend und es muss auch im Mobilfunknetz eingebucht sein. Ist auch naheliegend. Es darf also zum Beispiel nicht im Flugbetrieb sich gerade befinden, weil man sich nicht stören lassen will. Dann können die Nachrichten nicht ankommen. Wenn es stumm geschaltet ist, hört man die Botschaft trotzdem und zwar hört man sie tatsächlich, denn es gibt einen Warnton, der sich deutlich unterscheidet von den üblichen geschmeidigen Sounds, die wir sonst so hören, wenn eine Nachricht eintrifft. Das kann zum Beispiel so klingen. Je nach Hersteller klingt das anders, also ein bisschen unangenehm sogar, aber das ist ja der Sinn der Sache. Man soll ja aufmerksam werden und nicht denken, das ist eine von einer Million Nachrichten am Tag. Das ist eine andere Nachricht, das hört man direkt. Dann greift man zum Handy oder Smartphone und liest sich die Nachricht durch, die natürlich auch direkt vorne auf der ersten Seite im Display gleich zu lesen ist. Da muss man nicht in irgendwelche Menüs gehen oder so. Apropos, man muss auch keine App installieren. Also die Zeiten sind vorbei, wo ihr Katwaren oder Nina unbedingt braucht, um gewarnt zu werden. Cell Broadcast funktioniert ganz ohne App. Es muss nur eingeschaltet, geladen und eingebucht sein. Dann bekommt man die Nachricht, wenn man betroffen ist. Jetzt kommt natürlich die große Frage, welche Geräte werden denn unterstützt? Man kann dazu sagen, so alle Geräte, die in den letzten zwei, drei, vier Jahren verkauft wurden, sind prinzipiell eigentlich Cell Broadcast tauglich. In der Android Welt alle Geräte, auf denen Android 11 wenigstens installiert ist. Schaut also bitte unbedingt mal nach, welche Version ihr gerade installiert habt und ladet nötigenfalls ein Update herunter. In der iOS Welt, also in der iPhone Welt, prinzipiell so alle iPhone Modelle ab Modell Reihe 6 und mit dem jeweils aktuellen Betriebssystem. Auch da solltet ihr aktualisieren. Man kann nachgucken in den Menüs, ob es da Hinweise gibt. Sucht einfach mal in den Einstellungen Mitteilungen bei iOS und bei Android ganz ähnlich. Nach Cell Broadcast oder nach Warnsystem oder Warnmeldungen. Und wenn ihr solche Menüs wie hier findet, dann wisst ihr, okay, das System ist schon up to date und kann Cell Broadcast Nachrichten empfangen. Es kann auch sein, dass ein älteres Gerät, das ihr noch habt und im Einsatz habt, grundsätzlich Cell Broadcast könnte. Aber es ist dann abgeschaltet, weil in Deutschland eben lange Zeit Cell Broadcast nicht unterstützt wurde von den Behörden. Nicht von den Mobilfunkanbietern. Die Behörden haben da geschlafen und geschlampt. Kann also sein, dass der Hersteller das Gerät ausgeliefert hat und die Option deaktiviert hat, was blöd wäre. Aber auch da, es kann gut sein, dass der Hersteller von eurem Gerät ein Update anbietet. Vielleicht sogar für das Firmware, für die Software im Gerät, um dieser Funktion nachzuliefern. Es gibt eine sehr, sehr gute Übersicht auf der Seite vom Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe. Nee, Bevölkerungshilfe und Katastrophenschutz. Da gibt es eine Übersicht über so ziemlich alle wichtigen Modelle und Hersteller von Geräten. Da könnt ihr nachgucken, ob ihr dieses Modell habt und ob da Cell Broadcast unterstützt wird und unter welchen Umständen. Also schaut da gerne mal nach, um euch da schlauer zu machen und gegebenenfalls nachzurüsten. Das ist also auch ganz wichtig zu wissen. Dann die nächste mögliche Frage ist natürlich, werde ich informiert? Ja, ihr werdet informiert, wenn es eine wichtige Meldung ist. Warnstufe 1, wie jetzt beim bundesweiten Warentag am 8. Dezember. Das ist die höchste Warnstufe, die kann man nicht abschalten. Das ist auch sinnvoll, höchste Warnstufe nicht abschalten, logisch. Aber es gibt auch abgedämpftere Warnstufen, die vielleicht nicht ganz so dramatisch sind. Die kann man theoretisch abschalten. Vor allem die Testwarnungen kann man abschalten. Da geht mal bitte in die Menüs. Bei iOS sieht das so aus. Unter Einstellungen, Mitteilungen, dann ganz weit runter scrollen. Und da unten seht ihr dann drei Menüpunkte, die ihr gezielt an- oder ausschalten könnt. Also je nachdem, ob ihr da gewarnt werden wollt oder nicht. In der Android-Welt, je nach Hersteller und Modell von Android und Version von Android, gibt es das auch im Bereich der Mitteilungen. Könnt ihr auch durchaus einiges einstellen, wann und wie ihr gewarnt werden wollt. Diese Möglichkeiten habt ihr aber eben nicht bei Warnstufe 1. Die wird auf jeden Fall durchdringen und euch warnen. Der Sinn vom bundesweiten Warntag ist natürlich zum einen, um herauszufinden, funktioniert das alles auf der Seite der Behörden, funktioniert das alles auf der Seite der Mobilfunkanbieter und funktioniert das auch bei uns mit unseren Geräten. Kommen die Nachrichten dort an, haben wir uns damit auseinandergesetzt, wissen wir Bescheid, wie die Nachrichten aussehen und wie sie klingen und kommen wir damit klar. Ja, das ist schon mal ganz wichtig, das auch mal zu üben. Jetzt kommt die Frage, wie kann ich denn sicher sein, dass ich auch wirklich eine echte Meldung erhalte? Ganz wichtige Frage. Man kann hingehen auf die Webseite vom Bund unter warnung.bund.de. Dort sind dann solche Warnungen aufgeführt, die offiziell ausgegeben werden. Und da kann man nochmal verifizieren, ob die Warnung, die man erhalten hat, auch tatsächlich eine offizielle Warnung ist. Und gegebenenfalls gibt es dort dann weitere Informationen zur aktuellen Situation, die man dann nachlesen kann. Also macht das auch, nachzugucken, wenn das noch geht, wenn man online gehen kann, nachzugucken und zu kontrollieren, ob die Warnmeldung auch authentisch ist. Also, Warnmeldungen gehen raus, es ist vorbereitet. Ich hoffe, euer Smartphone und euer Gerät unterstützt das schon. Ihr habt die entsprechenden Optionen vorgenommen und es klappt auch. Und dann muss man leider auch sagen, dass jetzt wahrscheinlich ab dem bundesweiten Warntag Betrüger versuchen werden, diese Sache auszunutzen. Diese Warnung möchte ich auch mal aussprechen, ohne Cell Broadcast quasi. Seid darauf vorbereitet, bitte, dass jetzt SMS oder auch Messages verschickt werden, die so tun, als wären sie offizielle Warnungen. Ja, weil wir jetzt gerade besonders aufmerksam sind, was solche Warnungen anbelangt oder Nachrichten anbelangt. Und die uns dann leiten und lenken auf eine gefälschte Fake-Webseite, zum Beispiel, um dort dann Daten abzugreifen, Zugangsdaten, die wir vielleicht im Eifer des Gefechts eintragen. Oder sie behaupten vielleicht auch nach dem Motto, oh, oh, dein Smartphone ist noch nicht Cell Broadcast-tauglich. Bitte lade die aktuellste Version herunter, einen Link dazu. Und man geht drauf und lädt dann möglicherweise Schadsoftware auf sein Gerät herunter. Auch das wäre denkbar. Es sind eine Menge Möglichkeiten denkbar, wie die aktuelle Situation ausgenutzt und missbraucht werden könnte. Und leider muss man immer davon ausgehen, dass Betrüger diese Situation auch tatsächlich faktisch ausnutzen. Seid bitte gewarnt, vorbereitet und doppelt vorsichtig im Augenblick, wenn solche Meldungen erscheinen. Und überprüft sie kritisch, hinterfragt sie auch und Handlungsanweisungen nur dann befolgen, wenn sie sinnvoll erscheinen und auf gar keinen Fall hingehen und irgendeine Software herunterladen oder irgendwelche Zugangsdaten eingeben. Das wird mit einer offiziellen Warnmeldung von einer Bundesbehörde auf gar keinen Fall verbunden sein. Also lasst euch da bitte nicht ins Boxhorn jagen. So, ich hoffe, ich habe da jetzt alle wichtigen Punkte angesprochen. Eins liegt mir aber noch am Herzen und zwar auf Cell Broadcast ganz allgemein zu sprechen, zu kommen, dass das jetzt auch in Deutschland startet, ist gut. Aber es ist viel zu spät. Wir haben 2022. In anderen Ländern gibt es das System schon seit Jahren. USA, Kanada, Neuseeland, Japan, Niederlande und überall hat man sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Warum nicht in Deutschland? Warum nicht in Deutschland? Die Bundesbehörden, also vor allem das Bundesamt für Katastrophenschutz und Bevölkerungshilfe ist einfach zu träge. Und das gilt natürlich auch für die Politik und Wechselweise. Sie haben es einfach nicht zu Wege gebracht, uns als Bevölkerung zu schützen. Und das hat uns im vergangenen Jahr 2021 durchaus schon Probleme verursacht. Bei der großen Flutkatastrophe hätte man die Bevölkerung sehr viel besser warnen können mit solchen Warnsystemen. Aber es gab es eben in Deutschland noch nicht. Und da kann man den schwarzen Peter nicht den Mobilfunkanbietern zuschieben. Die waren technisch vorbereitet. Nur wenn sie keine Anbindung und keine Anordnung von Behörden haben, können sie da überhaupt nichts machen. Das ist ganz klar ein Versagen von Politik und Bundesbehörden gewesen. Das muss man ganz klar sagen, unterstreichen und auch adressieren. Also es gibt keinen Grund dankbar zu sein, dass es jetzt eingeführt wird. Es ist gut, wie gesagt, dass es eingeführt wird, aber es ist viel zu spät, mal wieder. Selbst nach der Flutkatastrophe hat es viel zu lange gedauert, bis das System dann endlich mal eingerichtet und aktiviert wurde. Das muss bei aller Auseinandersetzung mit Cell Broadcast hier auch mal wirklich leider gesagt werden. Ich hoffe, ich habe euch alles erklären können, was wichtig ist. Bis alle Fragen beantworten können, die wichtig sind. Also Cell Broadcast, super System, um sich warnen zu lassen. Man braucht ein modernes Smartphone oder Gerät. Guckt nach, dann werdet ihr auch gewarnt mit einem unüberhörbaren Warntum, mit einer klaren Anweisung. Und befolgt diese Anweisungen bitte auch. Schaltet idealerweise die Warnungen auch nicht aus. Und wenn euer Gerät noch abgedatet werden muss, damit ihr solche Warnmeldungen bekommen könnt, dann macht das bitte auch. 1395 Zeichen lang. Achtet darauf, dass ihr nicht auf Fake-Meldungen hereinfallt. Das ist auch ganz wichtig. Und nehmt diese Warnungen ernst. Natürlich hoffe ich für uns alle, dass ihr und wir diese Warnungen möglichst niemals bekommen werden. Aber wenn wir sie bekommen, dann ist es natürlich gut, dass wir diese Technik haben, um uns gut zu informieren. Kommt gut durch die Zeit, bleibt bitte neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.